Ich habe Muzon erst vor kurzem kennengelernt. Lange ist es für mich nur ein Name gewesen. Mehr als 20 Jahre haben meine Eltern dort gelebt, ohne dass ich mich zu einem Besuch hatte durchringen können. Wann kommst du uns besuchen? Dann fragte meine Mutter, wann kommst du uns besuchen? Ich war von meiner Familie geflohen und verspürte mir, dass ich mich zu einem Besuch hatte. BD, Tapet, Tortus, Tata! In meiner Kindheit ist meine gesamte Familie, wie gesagt, kommunistisch gewesen. Wie konnte es dazu kommen, dass man in derselben Familie wenig später den Front National wählte? Welchen Anteil an dieser Entwicklung hatte die offizielle Linke? Ich habe mich noch nicht erwischt. 'reg Untertitelung des ZDF, 2020